Hallo und Jona, herzlich willkommen zum Heimspieltagsinterview zurück aus der ewig langen Winterpause, zurück im neuen Jahr 2023 und natürlich zurück bei unseren Heimspieltagsinterviews, bei uns heute zu Gast, Diogo. Hallo. Hallo. Diogo, schön, dass du heute bei uns bist. It's nice to have you here. Dankeschön. Wie war das Training heute? Ja, das war alles gut. War es gut, das Training? Ja, es war gut. Es war halb der Tag, also es ist immer gut, zurück zu sein. Wir waren jetzt eine Woche in Spanien, zehn Tage. Sonnenschein, tolles Wetter und jetzt kommen wir hier wieder her. Und in Berlin ist es kalt, windig, es regnet. Wie ist es als Fußballer so ein Umschwung so schnell? Ja, ich meine, ich bin schon acostum. Am Anfang war es ein bisschen schwer für mich, denn normalerweise ist es Sonnenschein und nicht so kalt. Aber jetzt ist es okay und ich bin schon acostum, also es ist gut für mich. Also macht das für dich, also als Fußballer beim Training macht das gar keinen Unterschied, so die Muskeln, die Beine sind schwerer oder so? Ist das kein Unterschied? Ja, ich meine, ich muss noch mehr Kleine reinlegen. In Spanien habe ich nur das T-Shirt benutzt. Jetzt muss ich alles, was wir nutzen können. Aber wie gesagt, jetzt ist es okay für mich, denn ich bin schon acostum. Es ist okay. Okay. Jogo, wir würden dich gerne ein bisschen besser kennenlernen und wir fangen mal mit deiner Karriere, mit deiner sportlichen Karriere an. Du hast mit dem Fußballspielen bei einem kleineren Verein in Porto angefangen und bis dann mit neun Jahren zum FC Porto gewechselt. Wurdest du da nach einem, also ist es in Portugal auch ein ähnliches Scouting-System wie in Deutschland, dass Porto beispielsweise zum Training gekommen ist und gesagt hat, den wollen wir haben? Ja, so ich habe angefangen zu spielen in einem Les Schoings-Klub. Also, wir fangen in den Tournament und dann Porto scouts da und sie sahen mein Spiel. Und dann sprach mit meinem Vater, dass sie mich mehr sehen wollen. So, nachher, sie mich auf, ich weiß nicht, vielleicht 60 Spieler. Und dann ging ich da und sie haben nur 20 oder 15. Und dann habe ich eine gewählt. Ich wusste es nachher, denn meine Eltern wussten es bereits. Und sie sagten mir, wenn sie zu meinem Haus kamen und sagten, hey, du bleibst in Porto. Wow. Du hast, aber wenn ich es richtig gelesen habe, hast du bei deinem ersten Verein nicht in der Abwehr gespielt. Ja, genau. Ich war erst in der linkss Defender. Ich war ein Stryker, wie ein Winger. Und ich war der beste Schoer in den Les Schoings. Ja, ich bin richtig. Ja, ja, ja. Und dann in der Training, wenn sie es gewählt wollten, sie mich in der linkss Defender. Und dann, wenn ich nach Porto ging, habe ich in der Zentrum. Und ich glaube, das war dann die beste Entscheidung. Und dann. Aber du hast sehr viele Tore geschossen. Vielleicht wäre die Stürmerposition für dich auch gut gewesen. Ja, ich habe viele Tore gespielt. Das war gut für mich. Aber nachdem ich in der Zentrum kam, war das die beste Position für mich. Also fühlst du dich dort auch am Wurzsten? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Aber wenn ich angefangen habe, wenn ich angefangen habe, habe ich immer einen Spieler gewonnen. Und nicht die Stürmer. Und da war ich auch noch. Aber nachdem ich in der Zentrum zu spielen habe, fühlte ich mich mehr zufrieden. Und ich habe angefangen, zu lernen. Und jetzt bin ich in dieser Position wirklich zufrieden. Und das ist das beste für mich. Also können wir Urs sagen, wenn wir Not am Mann haben, du kannst auch auf dem Flügel spielen. Ja, vielleicht. Vielleicht kann ich versuchen. Ich kann versuchen. Ich mache mein Bestes, natürlich. Und vielleicht. Warum nicht? Ich kann scoren. Joe, du warst eigentlich die ganze Zeit immer bei Porto. Aber warst dann für ein halbes Jahr bei Padroeineser? Ja. So, es war in der 16. So, die Spieler von Porto, sie spielen in der 16. Sie gehen zu Padroeines, das gehört zu Porto, um zu spielen in der nächsten Zeitung. So, wir spielen gegen die unter 17 von Porto. So, für uns war es gut, weil wir spielen in der nächsten Zeitung. Ja. Ja. So, es gehört zu Porto. Und die Spieler, die unter 16 spielen, sie müssen da, sie müssen da, sie müssen da, in Padroeineser. Und dann, unter 17 ist ja wieder in Porto. Also, es ist immer so. Es ist immer so. Es ist immer so. Ja. Ja, genau. Du musst da gehen. Ich frage mich daran, warum du nur da, für eine halbe Jahr. Ja. Weil es ist eine Saison. Okay. Dann kannst du gegen den unter 17. äh, so, es ist gut für die Jüngeren, zu spielen, wie im nächsten Level. Du bist dann wieder zurück zu Porto, logischerweise. Ähm, hast du gerade erklärt. Und, dann dürftest du schon deinen ersten Titel 2016 feiern. Und zwar, bist du mit der U17 Europameister geworden? Die Jüngeren. Ja. Ja. Das war mein erstes Titel. Und es war wirklich gut, weil es ist wie die Champions League in der Jüngeren. so, äh, ich glaube, das war das beste, äh, beste Tournament, wie kann ich sagen, der beste Tournament in der Jüngeren. Also, ja, das war der erste, wo ich wirklich glücklich sein konnte. Und ich war wirklich glücklich. Und dann habe ich da angefangen, eine gute Karriere angefangen. Du bist aber vorher, glaube ich, auch schon Europameister geworden mit der U17-Nationalmannschaft, richtig? Ja, äh, also, so was, I think was first and that. Yeah. I won the European with Portugal. Äh, was, was a day that I will not forget, of course, and, also the, with the youth, the youth league, because was two titles that, that they won in, uh, and, for me was really, really important. And, because, I think, it's difficult for, for most of all players, can, uh, win this, this type of, of titles. And, yeah, it was really good. Du hast den, du auch geschossen im Finale, richtig? Ja, ja, I scored, I scored the penalty, when we went to the final against Spain. Uh, we went to penalties and I scored, I scored the goal. I was too nervous, uh, going to the penalty, but after, like, yeah, I scored, so I was more relieved after that. And, geht man dann zum Elfmeter und denkt sich die ganze Zeit, ich schieße nach links, ich schieße nach links, ich schieße nach links, oder was ist, was geht dann dem Kopf vor? So, what do you think? I chose, I chose, I went, and I chose already before, the side. I was thinking, of course, maybe the goalkeeper knows, where I go, where I go shoot, but, in the end, he went to the other side, so, was good. Ähm, du bist aber in der Zeit, hast du nicht nur zwei Titel gewonnen, das ging alles so ganz schnell, Schlag auf Schlag, sondern, du bist, hast auch deine ersten 90 Minuten in der Champions League gespielt, und zwar für die erste Mannschaft von Porto, gegen Galatasaray Istanbul. was war jetzt für dich aufregender, einen, äh, einen Elfmeter im Finale zu schießen, oder bei Galatasaray Istanbul 90 Minuten in der Champions League zu spieren? I mean, it's two moments that I will never forget, of course, in Champions League, it's always Champions League, you know, like, you hear in the, the anthem, like, I felt goosebumps, you know, and, I think, was one year before, I went there in the Youth League, so, we played, uh, first in the A-team, when we were playing in the Youth League, and then we go see the, the game of, uh, A-team, and we play against Pesiktas, one year before, and we went to the stadium, you know, and I was in the stands, like, looking for the players, playing, uh, Champions League, and I was thinking, okay, yeah, maybe why not, then next, next year I can, I can, uh, have my debut in the Champions League, and was against, like, in Turkey, against, so it was the moment, yeah, was, uh, I was really happy, you know, like, I was just enjoying the moment, uh, but of course, even, like, the penalty that gave us the, the, the European was, was also really memorable to me, so, both are really good moments. And, was then danach so, that you so that Gefühl hattest, okay, and, I mean, it's always like, it's a dream, like, you dream about that, you know, like playing the, in the, best competition, that is Champions League, of course, was the day for me, it was, it was really, uh, because we, I knew it a few hours before, so, only a few hours? we, 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 I knew in the, in the day, of the game, so, yeah, I was nervous to know, if I was playing or not, and then when I knew it, I was really happy and, and anxious, you know, so, again, the question, I forgot it. uh, was it, was it, like, yeah, I made it, I'm a professional football player, and now, uh, uh, yeah, of course, this is one goal that, that you want to achieve, but, after that, you just have to continue, uh, working hard, giving your, your best to get more opportunities like that, you know, to play in the highest, highest level, and, that's what I did, uh, I didn't, I, I didn't, I didn't, thought that was the, the end, like, okay, now, it's done, I knew that, I, I have to keep, working hard to, to continue to have that, that type of moments. 2020, 9 Spiele, in the 1. Liga, am Ende Meister geworden, and Pokalsieger. Uh, uh, would you say, that it was your best year? I can say, no, no, if you, because, my first game, official game from Porto, was, I won one title. So, my first 90 minutes from Porto official, I won the, 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 the cup, uh, title. Uh, so was like, uh, you know, like when you, make your debut and, and one title in, in one game. Uh, it's, it's crazy, and was, was a really good feeling for me, you know, and, and, I just wanted to enjoy the, the moment. And, and yeah, like after one, the, I won the, the, the champion, uh, sorry, the league, the league title. I won the league title. And, of course, is the main goal. Uh, I think in every, every, uh, league. Uh, so again, one more moment that I will not forget. Uh, was really a good moment was in the COVID time. so we wouldn't have the fans there. So it was a, it was a little bit weird, you know, because we were celebrating like, only the players and all the stuff. we wanted to, to, to celebrate with the fans, but we couldn't. But, of course, was a really, really good moment and I was really happy. Um, 2000, have Icdich live spielen seen. Im U21, äh, Finale der Europameisterschaft, äh, da habt Ihr gegen Deutschland gespielt. Ja, of course, losing in the final is always really hard, you know, because, you know, we say in the finals we won, you know, uh, we, we played 2-1. Uh, and yeah, it was, it was really hard. In one year before that, we, we, we went to the final, I think, um, we lost. So we wanted, we wanted to, to win, um, the, 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 21, uh, European, but yeah, it was a really tough game. We knew that it would be, uh, really difficult against Germany because, uh, they were too aggressive, too straight to the goal. So we knew that it would not be easy. Of course, this is a final. And in the end, we tried to, uh, yeah, it was crazy game. We tried our best, but we couldn't and it was, was not a good feeling in the, in the end, of course. Okay, let's take it. Yeah. um, no, do you guys not, uh, um, the factor of the fight that you won't play. Um, he, For a date. A, Yeah. Uh, um So, it's always, it's not allowed to, Im Sommer letzten Jahres stand der Wechsel zu uns, beziehungsweise die Laie zu uns. Wir wünschen uns natürlich, dass du zu uns wechselst. Du bist im Trainingslager zu uns gekommen und da wollte ich mal von dir wissen, wieso die ersten Tage waren, als du zu uns gekommen bist, wie du aufgenommen wurdest, wie du dich geführt hast und ja, dass du uns einfach mal mitnimmst in die Zeit. So, ja, ich ging direkt nach Porto, nach Austria, also ich kam nicht hier vorhin und ich war sehr entspannt, das Team zu treffen, ich war sehr entspannt, ich war sehr entspannt, also ich nach München, nach München und dann bei der Fahrt nach Austria und wenn ich da bin, ich bin da, wie alle, die mir ein wirklich guter Willkommen gegeben haben, also ich fühlte mich in den Anfang, dass ich mich, okay, alle, die mich versuchen, zu helfen, seit ich hier bin, also ich war sehr entspannt, glücklich und das erste Tag war sehr gut. You know, all the team, I stayed in the dinner with Trimi and Honey to, you know, to try to welcome me more with the group and they helped me a lot, all the staff, the coach or my teammates, you all, so it was really kind from everyone and I feel really, really, really good, really, I think I felt at home, so it was important to me and yeah, it was really good for me. Okay, das klingt sehr gut. Dein erstes Spiel für Union war gleichmals Derby, doppelt… Let's just say about the fans, me there, yes, and not only the team, but even the fans that were there, like, honestly, like with the, with the players, like I was, they say… Yeah, the, 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 the contact… Yeah, I mean, okay, so even the fans were there, like with the, with the players, close to the players and for me, it was also important to feel that the, the, the fans are really close to the, to the players and so I felt like home. Is it, that's very, that's very nice, what you say, is it in Portugal, also, was 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 it in Portugal and in Portugal, that the fans so very close to the, to the players, like here and they feel also, like a passion that they have from the football, like, our fans here, so for me was, was really nice to, to see it. Sehr schön. Jogo, dein erstes Spiel für Union war gleichmals Derby. Da spielst du schon mal das erste Mal für Union, für den neuen Klub und dann gleich in einem Derby. Das schon sehr besonders. I mean, I couldn't ask more. I can say that when I went to the warm-up, I saw all the stadium like full and I started to feel like goosebumps, you know, like, wow, this is real, you know, like, wow, it's crazy. I could feel, I could feel the, all the support from the, from the warm-up. And I was feeling exciting to start the game because I wanted, okay, let's go, like Derby, you know, everyone is really wants to win the game. And in the end was perfect to us, you know, it started really well with a win, with a picture. So it was a day that I will remember. I mean, it's always special to, to go back and play in Portugal, you know. with, with the Union. Yeah, of course, also against Braga because a team that I played already. And that I told you I really want to, to win that game. So it was a special day, like one day before, until the game. And in the end was not the result that I, me and every, all the team wanted. but I think was a good game for us. We played really good. We tried our, everything, the ball wouldn't end. But we knew that that was time to, to go through, you know, to, we have time to, many games left. So we knew that we, if we continue working like we were working, we could go through the, the, the stage group. When you go to the, to the, to the game with the, the average fans was, they'll support you. I think I, I talked, I spoke with some teammates and I said maybe we are playing at home. Maybe we are in Berlin because I was crazy. I think it was like two, 200, 2,000, 2,500 fans or three, 3,000. We felt like the really support from them. They were wearing all white, you know, like when you, we went to the, with the buzz. So we were, we, we received all that support that they were giving to us and of course they travel is not, not so, it's, it's far away a little bit. So we were grateful for, for, for them to, to go there and support us. Bevor wir dich als Menschen ein bisschen näher kennenlernen wollen, nochmal ganz kurz zusammengefasst. Sechs Titel, im August 2018 zum Innenverteidiger des Monats Portugal gewählt worden, über 70 Spiele für die U-Nationalmannschaften. Was, was sind denn eigentlich noch deine Ziele? So, yeah, I like to think about the present, not so much about the future. I like to enjoy the moment, what I can do now, what I can improve, you know. And then the future will be what I, what I'm doing now. Of course I have some goals. With the Union we, I want to reach the, the high position that we, we can. Uh, in the, uh, in the, uh, we are, we are, we are on also, so, we are in three competition that, that I really want to, to, I don't know, to, to, to be on the, on the highest position, uh, possible. And, uh, of course I think about the national team is always, uh, one goal that, that I wanted. Uh, I never play in the, in the, um, in the first, uh, in the eighth team of national team. Wie war das für dich jetzt, du hast es selber angesprochen, A-Nationalmannschaft, du warst in dem 55er, äh, in der 55er Aufstellung für die Weltmeisterschaft. Wie war es sehr, also es war sicherlich sehr hart für dich, dass du nicht mehr zur Weltmeisterschaft fliegen konntest. Ja, be, be there, in, uh, in, uh, 50, 55, uh, selection, uh, was, was good already. Uh, of course, uh, uh, a player that, uh, is there, uh, uh, always think that he can be selected. So, uh, I was, I was 50, 50, uh, I said, okay, maybe I can go. Maybe I'm not so, but I was, I, that, uh, that I told you, like where I can control. So I give my best to be selected. And I think if, if I'm doing good here, uh, I'm step, uh, I'm a step closer to, to be, to be called, uh, again, or to be selected. So I would just, uh, continue working hard. So if, if I'm doing well here, if I'm playing well, if I'm, uh, having a good performance here, I know that I'm more closer to be selected. So I would, I just want to keep, uh, to keep pushing, to keep, uh, working hard, like I'm doing to help the team. And then, uh, let's see the thing that I can control, you know, so I will control what I, what I can control. And then, then let's see, but yeah, it's one goal to, to be selected. Uh, for the European. Yeah, for the European. And it is in Germany, so we can go to every game you play then. Yeah, right. Right. It's much more better. Really. Yeah. And then, and that, uh, told you, like here, I want to, to help as much I can the, the team to reach the, all the goals. Uh, and yeah, I can say that I'm really happy and really exciting. Yeah. Äh, a good introduction with new goals, and, and, uh, we're right now, uh, it's a bit, uh, well, it's still a little early, but we still have a new year, we can still talk about it. Uh, uh, rituals on the weekend, and maybe, uh, your new year, uh, you, you always have some, you have some sort of, you have some sort of, you, um, and what, uh, what are the, what are the rituals in Portugal, actually? die so für ein Ritual war. In Portugal we normally eat like 11, I think it's dried fruit, I don't know how to call it. It's dried fruit, so you eat 11 and then when it's like counting, I don't know, 10, 9, 8, you start to eat and then each piece of that fruit that you eat, you make a wish, you know, so you eating. Wild is counting to the new year. So I tried to find here to do it and I couldn't. So yeah, it was the first year that I didn't eat. I hope that there's nothing going wrong. Weißt du, wie das heißt? So it's dried grape, right? Dried grapes. Yeah. We called Passage. And you know the German word? No. Rosinen. Rosinen. Yeah. Okay. I said good? Yeah. Okay. Und hast du ein neues Vorsatz? No, I don't think so. Like, do what I normally do, like, continue and be what I am, you know, like trying to help, to help everyone to be happy, to enjoy all the moments, to be healthy, that's the most important and to be a success, of course, in football. And yeah, be closer to my family also. They're important to me. And yeah, I think that's the most important things and I hope this year will be a good year also. Du bist in Porto geboren. Hast eigentlich dein ganzes Leben bisher in Porto gespielt. Jetzt wirst du das erste Mal nach Berlin, also auch das erste Mal außerhalb von Portugal. Und du bist jetzt in Berlin. Wie waren deine ersten Tage? Und hast du schon irgendwas gemacht in Berlin? Und was hast du als erstes gemacht in Berlin? I thought it would be more difficult than it was. Like I said, like all the club welcoming really well. So I feel like home. So it was not that hard for me to come to another country and like to know no one here, far away from my family. But I think I didn't feel that. So it was more easier for me because everyone tried to help me since the day one. And that's the thing that I really, I'm really grateful for that because everyone tried to help me. So it was not that hard for me. And yeah, I'm really happy. And now I wanted to speak in German. I'm learning and maybe soon we can have a normal conversation in Deutsch. Was hast du als erstes gemacht? Was war so das erste, was du in Berlin gemacht hast? The first thing was, so I went to, I stayed in the hotel, you know, because it was a little hard to find the apartment. So I stayed like maybe one month. And yeah, I tried to visit a little bit the city. It was, it's a big city. So I couldn't saw everything. Till now. One week. Yeah, until now, right? Till now. But yeah, I went with some teammates that they were also there in the hotel with me. So we went to visit a little bit the city and I can see it's a really beautiful city. Wenn wir mal auf deinen Namen schauen, Jogo bedeutet der Fersenhalter. Passt irgendwie, wenn man deinen Spielstil auch sieht. Und ich habe mich mit Johannes, mit unserem Reha-Trainer unterhalten, der auch zu mir gesagt hat, er hat noch nie erlebt, wenn er mit einem Spieler so im Training war, im Reha-Training, wie eklig der ist. Du machst immer erstmal nicht so den Anschein, wenn man von draußen guckt, aber du bist wirklich sehr, sehr aggressiv auch in deinem Zweikampfverhalten. Passt also total zu dir? Was würdest du denn sagen, was so positive Charaktereigenschaften von dir noch so sind außerhalb vom Spielfeld? Und was gibt es vielleicht, worüber du dich ein bisschen auch über dich selbst ärgerst? So, yeah, I'm, it's normal to be a little, I'm a little different out of the game, because I'm really calm guy, I'm pacific guy, you know, I'm sometimes I like to be alone, to be like chilled alone, you know, like, and of course on the pitch is different, because like the mindset changes, you know, so, like, as a defender I have to be like aggressive, I have to be always focused, because we have a lot of difficulties, because we play against many strikers, different type of strikers, so we always get, I have to be 100% focused on the, on the, on the gaming, and like, as a defender I have to be aggressive, I have to be closer always to the, to the, to the player, and, yeah, I think, so it's a little different, uh, and, uh, yeah, different, uh, I think that I don't like it, they like, don't liking me, on me. Um, I don't, there's nothing to say. Yeah, perfect. No, it's perfect. Yeah, it's perfect. Um, you don't have to say something you don't like. If there is nothing, there is nothing. Yeah, let me think. And I think that I don't like it. But, but like about me or in the game? No, about you. Uh, maybe you can't cook or something. I can cook now. No, you can cook. So I learned here to cook, how to cook. I must, I must. Uh, no. Yeah, there is nothing, there is nothing. Uh, in a few days, do you have birthday? Do you have a certain ritual that you do on your birthday? Also, do you always eat a special cookie? Or, I don't know, do you always celebrate your birthday? No, I normally just, uh, lunch or dinner, dinner with my family somewhere, or even at home. So they're, they're coming to celebrate with me. Uh, I don't, I don't have like a special, maybe the, um, how you say the, when you put the fire? Candle? The candle. Uh, after, after we, we sing the song, like, uh, uh, happy birthday. Yeah. Uh, so I, I, I heat a little bit and then I make the, uh, a wish. So I eat both candles a little bit. No, no, I don't eat. I just make it like a, yeah. I don't eat that all, but just, uh, with the trees and then I make a, uh, a wish that I wanted. But like, uh, it's. But only one candle or one candle? Both, both. Both. So it's always two. So it's like 20, 24 I will, uh, uh, so I will hit, hit. Ah, okay. So the two and the four and then. Yeah. Okay. And then I, I, I mean, I wish, I think it's nothing. And then I just, uh, say thanks, uh, to God, what is given to me, you know, all the, the things that, uh, is, is given to me, the, that I'm healthy, you know, and, and, yeah, that kind of stuff. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, musst du uns noch deine Lieblingsdeutschwörter, deine Lieblings, äh, Wörter im Deutschen sagen. Okay. Uh, uh, Eisarm, of course, first one. Malzeit, I always sing also. Ähm, Spielen gehen. Spielen. Ähm. Ähm. Äh. I don't know. I really like, I really like it. It's not like a word, but the, 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 the songs from, I'm always singing with Jordan in, in the dressing room. Du kannst singen jetzt. Uh, dear, 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 dear. Uh, dear. And then... Mannschaft? Yeah. Yeah. Sört gut? Yeah. Kind of. Perfekt. Jogo, letzte Frage ist immer vom Heimschultagsinterview, was möchtest du den Fans noch sagen, den Unionern noch sagen, was ich dich nicht gefragt habe? Nein, ich wollte nur sagen, danke für alle Fans, seit dem Anfang. Ich fühle mich die Unterstützung von ihnen. Ich fühle mich, dass sie mich lieben und ich fühle mich sehr glücklich mit ihnen. Und ich kann sagen, dass ich mein Bestes für dieses Klub geben werde, um alle die Gäste zusammen zu erreichen. Und ich freue mich, dass sie mit ihnen in dem Stadion im nächsten Spiel sein wird. Vielen Dank. Bitte schön. Viel Erfolg am Samstag beim Spiel gegen TSG Hoffenheim. Danke. Und wir freuen uns, hier im vollen Stadion wieder alle begrüßen zu dürfen und die Spiele zu sehen. Das Stadion ist voll und zu gewinnen. Ich kann da sein, weil ich ein roter Auto habe. Ja, das ist warum ich das nächste Mal gesagt habe, dass es nicht sein wird, weil es nicht sein wird, weil es nicht sein wird, weil es nicht sein wird. Vielleicht ist es ein bisschen, wir müssen es sagen. Ja, okay, dann sind wir zusammen in der Tribüne und sehen uns das Spiel und die Fingern für drei Punkte. Ja, genau. Es war wichtig, zu sagen, dass es nicht so gut ist. Ja, es ist wichtig, dass es nicht so gut ist.